Grizzly und die Lemminge, die neue Serie. Ich schmeiß mich jetzt schon weg vor Lachen. Verlässt der Förster erst sein Haus, ist's mit der Forsthausruhe aus. Der Bär zwar seine Ruhe sucht, doch ist das Forsthaus überbucht. Grizzly und die Lemminge, die neue Serie. Hier prallen Welten aufeinander. Für die Lemminge ist das Leben eine Party, während Grizzly einfach nur entspannen will. Klar, dass sie dauernd aneinander geraten. Grizzly und die Lemminge, Sonntag bis Donnerstag um 19.45 Uhr. Die Frage ist immer, wer den Kürzeren zieht? Und für wen seid ihr? Bär oder Lemminge?